Hallo zusammen, mein Name ist Anna Weiß, ich komme von Vita Hairlight und ich bin die Heidi, habe einen Intercoffeursalon in Weißendorf bei Erlangen und wir sind heute hier auf der Schlossangeralm. Schaut mal diesen wunderschönen Hintergrund an und wir hatten heute ein Sommer Roundtable der Intercoffeuren und es war wirklich super. Angefangen mit Albert Bachmann, Telefontraining, wirklich mega. Kann man wirklich nur empfehlen, wenn man schnellere Terminvereinbarung oder eben fehlende Lücken wieder auffüllen möchte, ganz leicht, ganz einfach. Wie gehe ich am Telefon mit den Kunden um, auch ganz wichtig, also wirklich für alle Mitarbeiter, auch Führungskräfte, Chefs, Lehrlinge, alle die damit zu tun haben, also ich kann es wirklich jedem nur ans Herz legen, wirklich Spitzenklasse. Genau, wer ans Telefon geht, macht Geld. So sieht es aus. Besucht Albert Bachmann, ich kann es empfehlen, ich war schon bei ihm einmal in Nürnberg und es war ein ganz, ganz tolles Seminar und man hört wirklich, wenn man den Friseur anruft, wer war bei Albert und wer noch auch nicht und es wird Zeit. Besucht ihn, es ist es wert. Macht's gut. Hier nochmal das Roteo. So, nochmal. Wunderschön hier. Yes. Ciao. Tschüss.